Musik Wenn wir die Wohnung haben, dann sind wir jetzt hier. Dann sind wir jetzt schon abgeschminkt und liegen im Bett und essen Pizza. Ich bin auf jeden Fall besser auf dem Abend. Entspannter Abend. Der Partyabend. Da braucht man auch nicht so viel Platz. Da muss man schon mal schlafen. Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Und das war jetzt mal ein bisschen Gold. Und bei der Eiland, die tauchen. Sensation. Hier ist das nicht so. Wir haben zehn Kilometer im Frein Wasser geschwommen. Zehn Kilometer. Zehn Kilometer. Das ist voll. Also ich finde das schon krass, also ich brauche da um einen Kilometern zu steigen. Siehst du haltestell, Thomasmann Straße. Das ist schon krass, schon krass. Achso, da habe ich die entscheidende Stunde. Ich habe es da, wo wir uns vielleicht mehr verliehen. Aber bei Deutschland habe ich das eben so gefordert. Ich weiß nicht, was schon. Ich habe jetzt einen Alltag zum Job. Da auch. Und am halben Tag, vor mir das Jahr, ab und zu zweit, wo das Schub dreht. Das ist aber eher ein Kopf. Nächste Haltestelle. Friedensplatz. Ja, weil ich, äh, so war es, ich habe meine, ich habe meine Hutschule. Das ist halt so, ich habe das angetan, oder? Ja. Und die ist ja jetzt aus so einer Sport-Hutschule. Oh, das macht das Schwick voll. Ja, das ist krass. Keine andere Hutschule voll. Aber das ist krass auch. Ja. Ja, das ist krass. Ja, in Deutschland. Ja, Deutschland ist ein Ärzte, auch so, wenn das läuft. Nächste Haltestelle. Data von Suttnerplatz, Beethovenhaus. Ziemlich ungenäulft. Ziemlich ungenäulft. Ah, da weiß ich, wo geht's. Oh, da weiß ich, wo geht's. Das ist super lecker. Und dann geht's immer richtig, richtig in der Portage, aber der hat richtig Laufwand. Richtig in der Portage. Aber der ist okay. Genau. Ach so. Meine Pumpe-Fahrt ist voll. Da krieg ich einen sonst. Das ist so schön. Ja. Das ist ja nur noch bei den Pumpe-Fahrt. Ja. Das ist ein Dreck, dass man unsere Leber nicht trifft. Vor allem kann ich machen. Das schüttt aber gut. Ja, das ist einfach. Ja. 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 Aber wir sind jetzt an dem Platz. Wir waren jetzt mal eingestellt, oder? Ja. 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 Nächste Haltestelle, Hermannstraße, Konrad-Adenauerplatz 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 Nächste Haltestelle, Beuel, Krankenhaus Nächste Haltestelle, Johannesstraße Nächste Haltestelle, Johannesstraße Nächste Haltestelle, Ringstraße Nächste Haltestelle, Ringstraße Nächste Haltestelle, Hermannstraße Nächste Haltestelle, Hermannstraße Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle, Eichendorffstraße 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 Nächste Haltestelle, Kreuzherrenstraße Nächste Haltestelle, Eichendorffstraße Nächste Haltestelle, Renos Allee Nächste Haltestelle, Eichendorffstraße Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle, Telekom Campus Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle, Bonnabouen Nächste Haltestelle, Bonnabouen Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle, Eichendorffstraße Nächste Haltestelle, Eichendorffstraße Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle, Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle, Oberkassel Nord Nächste Haltestelle, Oberkassel Nord Nächste Haltestelle, Eichendorffstraße Nächste Haltestelle 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 Nächste Haltestelle In Morenfeld Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Therese Nau Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nächste Haltestelle, Dramasdorf Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020